Musik Wo willst du denn hin? Nach Hause. Ich muss mich doch ganz schnell anmelden für die Sommerwande vom Kreativclub. Sommerwande? Was ist das denn? Na die Sommerwande vom Kreativclub der Stadtbücherei. Oh, die Stadtbücherei. Da war ich auch schon mal. Die machen doch immer so tolle Sachen. Genau. Und in diesem Sommer ganz besonders tolle Sachen. Ja? Was denn? Na weißt du das denn nicht? Ganz Bad Oeynhausen weißt das doch schon. Ach was. Erzähl mal. Also, wenn du bei der Sommerwande mitmachst, dann kannst du in den Ferien ganz viele tolle Sachen machen. Und sogar Preise gewinnen. Was kann man denn da machen? Na zum Beispiel Rätseln, Basteln, viele tolle Bücher lesen, Spielen malen und Handarbeiten. So viele Sachen. Ja. Und du kannst auch Geschichten hören. Und bei manchen Rätseln kannst du dir auch Filme angucken. Toll. Kann ich da auch mitmachen? Ja, natürlich. Ja, die Kinder können mitmachen. Und du natürlich ganz besonders. Toll. Und wie geht das? Ganz einfach. Jetzt gehst du nach Hause und fragst deine Eltern, ob du mitmachen darfst. Wenn die das erlauben, dann können sie mit dir am Computer in dem Veranstaltungskalender der Stadtbücherei suchen und dich dort anmelden. Damit dann alles erklärt. So einfach? Ja, so einfach. Macht der Corona auch mit? Hm, der Corona, ja, könnte sein. Aber die in der Stadtbücherei, die sind voll fit drauf. Ihr könnt das trotzdem machen. Die erklären euch das dann alles. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Mann, was hast du denn? Warum zackelst du denn so? Da kriege ich ja Angst. Ich muss jetzt schnell nach Hause und mich anmelden. Na, dann aber hol dich. Sonst bin ich nämlich vor dir da. Und dann kann ich mich schneller anmelden. Und tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020